Das Apple TV ist eine extrem praktische Erweiterung für das Apple Ökosystem, zum Beispiel als HomeKit-Zentrale oder eben auch zum Stream von Serien und Filmen. Und in diesem Video möchte ich euch gerne ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie ihr noch mehr aus eurem Apple TV herausholen könnt. Aktuell haben übrigens über 75% von euch meinen Kanal noch nicht abonniert und so würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt kostenlos nachholen würdet. Und ich zeige euch direkt nach dem Intro jetzt einige Tipps und Tricks rund um das Apple TV und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Bevor wir jetzt aber mit dem eigentlichen Video starten, habe ich noch eine kleine Info für euch. Und zwar bin ich am 15.03., also kommenden Mittwoch, auf der Embedded World in Nürnberg und zeige euch dort live die innovativsten Produkte und smarten Gadgets, die von Taiwan Excellence ausgezeichnet wurden, darunter Smart Home Gadgets oder auch Computerzubehör. Taiwan Excellence zeichnet die innovativsten Produkte des taiwanesischen Marktes mit einem Award aus und legt dabei den Fokus auf das Design, die Qualität, das Marketing sowie Forschung und Entwicklung. Wenn ihr live dabei sein möchtet, dann schaut am 15.03. am Taiwan Excellence Pavillon in Halle 2, Stand 2, 220 vorbei. Und natürlich findet ihr alle wichtigen Infos noch einmal genau unten in der Videobeschreibung. Wechseln wir nun rüber auf das Apple TV und gehen zuallererst einmal in die Einstellungen. Hier habt ihr nämlich die Möglichkeit, mehrere Benutzer und Accounts anzulegen. Da seht ihr einmal den aktuellen, den Standard und weitere Benutzer, dann noch vorgeschlagene aus iCloud Family Sharing. Und wir können natürlich hier auch ganz einfach einen neuen hinzufügen, entweder mit dem iPhone oder iPad anmelden oder auch manuell anmelden. Beides ist möglich und ihr könnt hier dann eben die entsprechenden Nutzer auswählen oder natürlich auch über das Kontrollzentrum. Das schauen wir uns gleich noch einmal an. Wenn wir jetzt hier einmal in die Nutzer reingehen, dann sehen wir einmal, welche Apple ID verwendet wird, ob iCloud Fotos aktiv ist, was geteilt wird, wann das Passwort erforderlich ist, Siri und so weiter. Und so könnt ihr eben auch dafür sorgen, dass die Nutzer eingeschränkt werden. Und so kann man eben für Kinder zum Beispiel einen eigenen Benutzer anlegen und den etwas mehr einschränken, dass bestimmte Apps oder Streaming-Angebote nicht verfügbar sind. Bleiben wir in den Einstellungen und scrollen etwas weiter nach unten zu Airplay und HomeKit, denn ihr könnt eure Apple TV ganz einfach als HomeKit-Zentrale verwenden und so dafür sorgen, dass ihr von unterwegs auf eure smarten Steckdosen, Beleuchtung und so weiter zugreifen könnt. Und wie ihr seht, HomeKit wird hier auch angeboten. In diesem Fall steht das Apple TV im Wohnzimmer und ihr könnt hier eben den jeweiligen Raum ganz einfach auswählen, wo dieses Gerät steht. Ihr könnt es umbenennen. Ihr habt die Möglichkeit, auf Kameras und Türklingeln zuzugreifen und eben auch auf sicherheitsrelevante Geräte. Und so könnt ihr eben euer Apple TV als Zentrale nutzen und habt dann eben auch die Möglichkeit, von unterwegs darauf zuzugreifen, aber eben hier auch zum Beispiel die Türklingeln und Kameras auf einem großen Bild euch anzuschauen. Vielleicht kennt ihr bereits die Bild-in-Bild-Funktion auf eurem iPhone oder iPad, dass ihr eine Serie oder einen Film gestartet habt und die App dann verlassen könnt und in einem kleinen Fenster läuft das Ganze weiter und diese Funktion gibt es auch auf dem Apple TV und zwar kann man hier einfach einmal nach oben ziehen und dann finden wir rechts hier ebenfalls das Bild-in-Bild-Symbol. Dort können wir raufgehen und daraufhin wird das Bild hier verkleinert und wir können dann auch tatsächlich hier die App verlassen, können natürlich nach einer weiteren ähnlichen Serie schauen oder können ganz einfach hier ein Spiel spielen, was auch immer und können rechts unten das Video weiterlaufen lassen, Bild im Bild, also ziemlich praktisch und eine ziemlich coole Funktion und dann haben wir danach natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze wieder groß zu machen, indem wir auf das TV-Symbol auf der Apple TV Remote tippen und daraufhin können wir hier das Ganze wieder groß machen, was ebenfalls sehr schön ist. Also hier haben wir eben die Möglichkeit, das dann wieder zu öffnen und weiterzuschauen. AirPlay hat vielleicht der ein oder andere von euch bereits verwendet, um ein Foto oder Video an das Apple TV zu streamen und diese Einstellungen solltet ihr euch einmal etwas genauer anschauen, findet ihr in der Einstellungen-App unter AirPlay und HomeKit, denn hier könnt ihr erst einmal AirPlay aktivieren oder deaktivieren, aber ihr könnt hier auch den Zugriff konfigurieren und dann eben für jeden, für jeden im selben Netzwerk oder eine Person in diesem Zuhause auswählen und ihr könnt auch ein Passwort festlegen, wenn jemand etwas an euer Apple TV streamen möchte, so könnt ihr einfach dafür sorgen, dass nicht irgendjemand irgendwelche Fotos oder Videos an euer Gerät streamt, so könnt ihr das Ganze hier etwas besser einstellen, etwas besser schützen, damit da nicht irgendwelche Inhalte gestreamt werden, die ihr gar nicht auf eurem Fernseher sehen möchtet. Das Apple TV Kontrollzentrum hatte ich bereits erwähnt und dieses könnt ihr ganz einfach aufrufen, indem ihr die TV-Taste gedrückt haltet und dann erscheint hier rechts einmal das Menü, das Kontrollzentrum und ihr könnt hier, wie ihr seht, bereits die Benutzer wechseln, ihr könnt auch neue hinzufügen, die hier in meinem Fall jetzt auch vorgeschlagen werden und daraufhin habt ihr noch weitere Dinge, wie den Ruhezustand, den ihr aktivieren könnt, ihr könnt hier die Wiedergabe konfigurieren, das heißt, wenn jetzt gerade etwas laufen würde, wie Musik oder ähnliches, dann könnt ihr das hier ganz einfach einstellen und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, auf euer HomeKit-Zubehör zuzugreifen, das können wir hier einmal antippen und daraufhin können wir hier eben unsere Geräte steuern, können hier ganz einfach Szenen aktivieren, können auf Kameras zugreifen, wenn die aktuell bei mir verfügbar wären und so haben wir eben die Möglichkeit, auch ganz einfach unser Smart Home zu steuern. Außerdem können wir natürlich auch Airplay auswählen, das heißt, wir können hier ganz einfach dafür sorgen, wo der Ton und das Bild ausgegeben werden soll und das können wir übrigens nicht nur in einem Raum steuern, sondern eben auch in mehreren, also hier im Schlafzimmer, im Flur oder im Wohnzimmer und so können wir ganz einfach das hier konfigurieren, ähnlich wie wir es auch vom iPhone, Mac oder iPad kennen. Außerdem haben wir dann hier noch eine Suche, damit können wir im Grunde genommen im ganzen Apple TV suchen, und können nach Serien, Filmen oder Ähnlichem ganz einfach über einen Tipp hier suchen, was auf jeden Fall ebenfalls sehr praktisch ist. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, habe ich aktuell auf meinem Apple TV den Dark Mode aktiv, ihr könnt aber auch ganz einfach wieder den Hell-Modus aktivieren oder das Ganze auch auf Automatisch stellen und zwar in den Einstellungen könnt ihr einmal auf Allgemein gehen und dann findet ihr hier einmal die Möglichkeit, das Erscheinungsbild zu verändern. Ihr könnt zwischen Dunkel, Hell und Automatisch wählen. Ich habe in meinem Fall hier jetzt Dunkel ausgewählt, da könnt ihr aber dann einfach schauen, was euch am liebsten ist. Dunkel ist zum Beispiel im Schlafzimmer wahrscheinlich abends gar nicht so verkehrt, hell im Wohnzimmer, wenn man einfach etwas helleres Bild haben möchte oder ihr wählt einfach automatisch aus. Machen wir als nächstes weiter mit der Siri Remote bzw. mit der Fernbedienung und die können wir ebenfalls hier konfigurieren unter Fernbedienung und Geräte innerhalb der Einstellung und hier haben wir erst einmal die Möglichkeit, das Clickpad anzupassen, zwischen Klicken und Berühren oder nur Klicken, je nachdem was euch lieber ist. Ich persönlich kenne Klicken und Berühren schon ewig, aber sehr viele kommen da nicht ganz so gut mit klar, daher kann man das dann hier einmal umstellen. Genauso wie die Berührungserfassung, die kann man hier auch noch einmal ändern, je nachdem was einem lieber ist, schneller, langsamer oder mittel. Mittel ist auf jeden Fall Standard und die TV-Taste könnt ihr ebenfalls konfigurieren und diese ist standardmäßig dafür da, die TV-App zu öffnen, aber ihr könnt auch ganz einfach das Ganze auf den Home-Bildschirm wechseln, wenn ihr sozusagen eine Art Home-Button damit auswählen möchtet, dann ist das ebenfalls möglich. Zusätzlich habt ihr hier dann einmal den aktuellen Batteriezustand, dann haben wir hier Bluetooth, Remote, App und andere Geräte und man kann natürlich auch eine neue, andere Fernbedienung anleeren, sollte man sich eine neue gekauft haben, weil die alte kaputt gegangen ist oder ähnliches. Und wir haben hier auch die Heimkino-Steuerung, das heißt TV-Geräte und Empfänger steuern über die Apple TV. Remote-Fernbedienung ist ebenfalls möglich, genauso wie die Lautstärkeregelung, in meinem Fall jetzt hier Auto über Airplay. Wenn wir jetzt noch einmal in die Video- und Audio-Einstellungen gehen, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, einmal das Format anzupassen und auch die Qualität, also in meinem Fall hier jetzt 4K HDR mit 50 Hz. Das könnt ihr natürlich auch verändern, da gibt es wirklich sehr viele Optionen. Unter Andere Formate findet ihr dann genau das Format, was ihr eben für euren Fernseher oder Monitor benötigt und könnt das hier entsprechend auswählen. Und wir haben natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, die wir anpassen können, an Inhalt anpassen, HDMI-Verbindungen prüfen und so weiter, genauso wie Audio-Ausgaben, die man anpassen kann, laute Töne reduzieren, Navigationsklicks, sollten die euch stören, könnt ihr die hier ausschalten, Toneffekte und Musik könnt ihr hier ein- oder ausschalten, genauso wie die Audiosprache, automatische Untertitel, wenn ihr die nicht direkt haben möchtet, könnt ihr die hier komplett ausschalten und ihr könnt auch die Farbkalibrierung hier einmal durchführen mit einem iPhone, was ebenfalls sehr praktisch ist, genauso wie Zoom und Overscan. Wenn zum Beispiel euer Fernseher nicht ganz richtig eingestellt ist und irgendetwas abgeschnitten wird, dann könnt ihr das hier einmal konfigurieren. Das Apple TV bekommt übrigens meistens mit dem iPhone, iPad und Mac ebenfalls Updates und wenn ihr einmal nicht mehr genau wisst, was sich geändert hat, dann könnt ihr hier in System gehen und dann auf neue Funktionen und dann bekommt ihr hier einen ganz kurzen Überblick, was denn neu ist, also in diesem Fall Siri jetzt noch persönlicher und Verbesserungen für Lead-Texte, das waren die neuesten Änderungen, die Apple in dem letzten Update integriert hat und hier bekommt ihr dann immer noch mal so einen kleinen Überblick. Zu guter Letzt möchte ich euch gerne noch zeigen, wie ihr euren Home-Bildschirm anpassen könnt und zwar könnt ihr ganz einfach auf Apps gedrückt halten und daraufhin bewegen die sich so leicht und ihr habt dann die Möglichkeit, diese ganz einfach zu verschieben und wenn ihr dann auf die Play-Pause-Taste drückt, dann bekommt ihr hier mehrere weitere Optionen, nämlich einmal einen neuen Ordner anzulegen. Den könnt ihr dann ganz einfach erstellen, in diesem Fall mit Musik, auf jeden Fall sehr passend und daraufhin habt ihr hier einen Ordner angelegt und wenn ihr jetzt weitere Apps dort hineinlegen wollt, dann könnt ihr die wieder in den Wackel-Modus bringen und daraufhin dann ganz einfach wieder auf die Optionstaste, also Play-Pause gehen und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze in Musik zu bewegen. Und so habt ihr dann hier die Option, ganze Ordner anzulegen für ähnliche Apps, wie zum Beispiel Spiele oder Streaming-Apps, die dann eben in einem Ordner platziert werden sollen, was auf jeden Fall sehr schön ist, weil man hier natürlich sonst sehr viele Apps auf dem Gerät installiert hat und so auch den Überblick verlieren kann und ihr könnt natürlich auch ganz einfach Apps löschen, wenn ihr sie nicht mehr benötigt, also wenn ich hier jetzt einfach einmal eine App suche, die ich nicht mehr brauche, dann halte ich ebenfalls gedrückt, gehe dann wieder auf Plus, Minus, beziehungsweise auf Play-Pause und dann kann ich die App hier auch ganz einfach löschen, gehe auf Löschen und so kann ich dann meinen Homebill-Schirm ebenfalls wieder so ein bisschen aufräumen und besonders die Ordnerfunktion finde ich auf dem Apple TV sehr praktisch. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch ein paar gute Tipps und Tricks mitgeben konnte, mit denen ihr noch etwas mehr aus eurem Apple TV herausholen konntet und wenn das der Fall war, würde ich mich auf jeden Fall jetzt sehr über einen Daumen nach oben freuen. Solltet ihr noch weitere Einstellungen, Tipps und Tricks rund um das Apple TV kennen, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut! Bis dahin, macht es gut!